Das muss ihr euch zeigen. Yoshi spielte mit Fang mit dem Zug und der Zug gewann. Was hast du gemacht, Yoshi? Was passiert? Yoshi spielte Fang mit dem Zug und der Zug gewann. Ich dachte schon... Ich dachte schon, Yoshi wäre tot oder so. Ach so. Oh, genau. Ach so. Hm. You don't have permission to do that. Willst du während der Fahrt umklicken oder was? Nein. Keine Sorge, ich bin die ganze Zeit jetzt außerhalb der Schiene. Also wenn, dann könntest du mich mitreißen. Und wenn, dann siehst du mich ja schon. Kannst mich ja vorwarnen. Ja, du kannst ja brüllen. Ich habe den Sound jetzt ein bisschen hochgestellt. Ja, genau. Liegt nicht. Genau. Hey, wenn die stecken. Wenn sie doch... Okay. Und dann kann ich das. Ach so. Ja, Osterbahn. Langsam. Um. Oops. Oops. Let's find it. Okay. So. Okay. Und ich sehe euch nur vorbeilaufen. Oder du machst den Wende-Radius ein bisschen größer. Das ist das wichtigste, nein? Ja, ich habe es zum Beispiel eben nicht gehört, obwohl ich den Sound angestellt hatte. Ja, Pfeifen. Ja, Pfeifen. Ja, Pfeifen. Ja, Pfeifen. Ja, Pfeifen. Ja, Pfeifen. Ich würde jetzt nicht durch den Dings fahren, sonst ist es ein bisschen glatt. Ja, super. Ja, super. Mach mal fertig. Könntet ihr mir kurz helfen da unten? Ja. 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 Ich habe auch meine Flügel verloren. Warte, was ja. Ja, ich habe das jetzt in der Hand gelassen. Ja. Ja, ich habe das da auch. Ich bin noch 100 Meter von meiner Position entfernt. Siehst du meinen Grabstein? Ist das nicht mehr? Nein, warum hier? Wieso? Äh, geht doch nicht. Hm, ok, eben stammt die Portage. Stellt mir da, dass ich von der Keynote stand. Echt, alle? Hm. Hm. beer Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.